Jedes Mal, wenn ich einen Mann umgelegt habe, habe ich mich gefragt, ob sein ganzes Leben noch mal als Film an ihm vorbeizieht. Und jetzt trifft's mich. Es gibt kein Zurück mehr. Ich brauche einen Schmuggler. Was für eine Ware? Ein Mädchen. Sie muss in sechs Tagen in Amerika sein. Und verarsch mich nicht. Sie findet dich überall. Sind Sie ein Killer, Mr. Turup? Ja. Bitte steigen Sie jetzt ins Auto. Es gibt keine Gnade für die Schwachen. Ich kann mich verteidigen. Was stimmt nicht mit dir? Ich will, dass du lebst. Ich kann mich nicht mit dir. Ich weiß nicht, dass du lebst. Ich bin nicht mit dir.